Ja, der Tag hat so schön begonnen, aber nun ist die Hölle hier los und ich habe gleich Feierabend. Ich hoffe, dass das ein bisschen nachgelassen hat. Gestern hatte ich hohen Besuch und habe auch eine kurze Szene aufgenommen. Die Jungs von Marcel 99 waren da und das wollte ich eigentlich auch zeigen heute, das werde ich auch gleich machen. Genau, auf jeden Fall. Und wir haben einen geilen Stand. Facebook. Ja, genau. Facebook. Da haben wir noch eine Internetadresse. Wer sagt denn das immer? Wer hat ein Problem? Kennen wir auch irgendwo hier, oder? Ja, richtig. Echt nicht, aber ne. Ja, das Gewinnspiel läuft immer noch. Ja, das kann man ja auch mal kurz noch sagen. Über Facebook läuft immer noch ein Gewinnspiel. Hast du überhaupt schon einen Teil genommen? Ich dachte, ich bin irgendwie davon ausgenommen. Ja, na. Nein, Mensch, wir senden das nach Behinderung. Okay. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag und werden mal schauen, was es hier noch für lustige Thesenorten gibt. Und bis dahin. Tschüss. Alles klar. Tschüss. 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 Musik.